wie sieht es aus hast du den anrufe das katz und maus spielen endlich na dann wollen wir ihn mal nicht enttäuscht so und jetzt direkt weiter mit watchdogs ich hatte ein paar tage spielpause da wir die destiny beta gezockt haben und da ich teilweise auch keine zeit hatte zum zocken und ja wir haben jetzt anscheinend den anrufer geordnet und seine partnerin okay auf jeden Fall freue ich mich auf auf spannende Story ich weiß es auch gar nicht wo wir aufgehört haben den letzten Partner anschauen auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall danke für den TIP heißt also die Mission immer gespannt was passiert und was es so geht dann für mich der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen er wusste genau wie er mich das ist das ist das ist alles in den Grund bis hinzu wo ich hier ist das hier für jeden Fall noch den immer muss auf jeden Fall hier jetzt Prozent die Signale Quelle ist gehen und zu ziel und ist die Ausgangspunkte über die Ziele der Datenfluss teilt sich es gibt zwei City US-Kästen Ok Ok Super Ah Ok 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 Was zum Teufel hat er vor? Wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lasst alles stehen und liegen und erledigt das. Hey, mein Motorrad. So, dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. Oh, ja. Geht weg oder was? Geht weg oder was? Wir können Hilfe brauchen! Was kommt? Die Dunkelheit in den Spielen fällt mir sehr gut und so hab ich das früh gemacht irgendwie Hab ich jetzt den Blackout ausgelöst Geht weg! Leute! Wo ist das? Seht ihn jemand? Na gut, Damien. Reden wir. Okay. Wir müssen uns jetzt mit diesem Damien treffen. Das ist glaube ich, das hat man ja in der im ersten Part gesehen, das müsste unser alter ich sag mal Teamkollege sein, der wo am PC gehockt hat. Und das macht er jetzt diese Player für uns. Warum der uns treffen will, bin ich mal gespannt. Was das auf sich hat. Ja. Ich muss den Zimmer machen. Oh. Das hab ich mal anders davon gestellt. Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Damien. Hast du mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Damien? Bist du mal so ernst, Damien? Mein Gott. Wirst du denn nie locker. Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du. Draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Er ist schon klar. So. Ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot? Die Merlot-Sache hast du versagt. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen. Hättest du zu mir gehalten. Du kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen. Er hat die bösen Männer wütend gemacht. Und ich? Was ist mit dir? Du bist nicht der einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben ihr alles genommen. Siehst du's nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauch. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Du brauchst nicht ab. Das ist ne Spur. Danke für den Tipp. Ich hab zu Damien aufgeschaut. Ich hab zu Damien aufgeschaut.